Ihr kennt ihn. Ich bin hier gerade mal beim Torsten, also beim Segelohrenbob. Und ja, wir haben hier den Aufbau ja nochmal, versuchen das Ganze nochmal zu reproduzieren. Und wir haben jetzt im Prinzip auch noch einen weiteren Modus gefunden, wenn man so will. Und ja, wenn das Wasser dann eben milchig ist nach einer Weile. Ja, das wird schon langsam milchig, man sieht es schon ganz leicht. Ganz leicht, ja. Steigen wir über das Blasen von unten auf, ne? Ja, 30 Grad haben wir jetzt. Ja, und dann wird es hier eben milchig. Und wenn wir dann Re-EMF anmachen und da so einen kleinen Re-EMF-Stoß drauf geben, dann sieht es ganz cool aus. Re-EMF ein. Ja. Und jetzt mal wieder ausschalten. Aus. Jetzt ist er auf einer höheren Frequenz, ne? Ja. Jetzt ist es viel heller. Ich schalte mal nochmal kurz ein. Mhm. Jetzt tut sich nochmal gar nicht so viel. Hallo. Ja. So hier jetzt mal im Blasenbetrieb. Und wir sind jetzt schon bei, ja, 40 Grad. So wie es aussieht. Ja. Ja. Nicht schlecht. Hm. Oh, krass. So, ich bin jetzt wieder zurückgekehrt vom Segel on Bob und bin nun wieder zu Hause, wie ihr sehen könnt. Und ja, zunächst mal, was diese Blasen sind, die jetzt da aufsteigen oder dann auch die Feuerbälle und die Flammen, die man dann in Segel on Bob sein Video sehen kann. Puh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und an der Stelle frage ich einfach mal euch, weil ich habe da keine, also ich habe da ein paar Ideen, was es sein könnte, ne? Können wir dann vielleicht in den Kommentaren auch nochmal genauer diskutieren. Aber ich weiß es wirklich nicht, deswegen frage ich da euch erstmal. Und ja, dann nochmal an dich, Thorsten. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und, ne, dass ich das alles, ich habe ja bei dir auch wieder, oder von dir, na sagen wir mal bei dir, wieder einiges lernen können. Und, ja, war wirklich ziemlich cool. Muss man unbedingt wieder machen. Ähm, ja, von dem her. Und das war es eigentlich gewesen. Deswegen, danke fürs Zuschauen, wie immer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.